Hallo, hallo, hallo. Hallo. Ich spiel jetzt mit meinem Freund mal bei Zuland. Sag mal hallo. Hi. Ah, ja. Also, ja. Mein Freund hat... Was hat mein Skinder gerade gemacht? Also, mein Freund hat das Spiel gerade runtergeladen. Okay. Er spielt seit eine Stunde. Okay, ich hab euch angenommen. Da ist eigentlich noch ein Noob und... Und... Warte, ich guck mal auf sein Profil. Guck hat er nicht. Genau, hm. Ich weiß nicht, wie kann man auf sein Profil gucken. Ah, hier. Ja, hm. Ha, guck mal. Hier, in Ulkelz. Hat er nicht schon mehr als Profil? Ja, ich will nicht gucken. Ich war auf deinem Spiel. Schreibt mal in die Kommis, wie man ein Skin schenken kann. Ich würde gerne, ähm, ein Skin meinem Freund schenken. Oder vielleicht auch euch. Und... Lieber müssen wir spielen später noch. Nee, ihr müsst mit mir zocken. Und... Enduros müsst ihr mit mir... So... Fünf... Epische machen. Dann kriegt ihr ein Skin. Wenn ich erst mal weiß... Wie man... Nein, dann kriegt ihr da ein... Dann kriegst... Dann kriegst du... Einen... Gewöhnigen Skin. Ja, das ist ein gewöhnigen... Ja. Den... Es gibt mehrere... In der Liga. Übergang. Meins. Du bist fisch. Piep! Der Piepturm kommt schon wieder so spät, ey. Und... Ach, wirklich? hä hä? Mühe, Blähie. Okay, ne hau ich ab. Tschüss. Okay. Oh mein Gott! Warum bist du denn da hinten? Ja, keine Ahnung. Ich habe die Schone gar nicht gemerkt. Nee. Ach, du bist da. Okay, dann packen sie auch mal. Ich glaube, die will nicht kommen. Als ob du 1700 Gesamtkits hast. Was denkst du denn? Ich hätte gedacht, du hättest gerade noch zwei. Ja. Spielt sie auch plus drei Minuten. Ich spiele schon seit längerer Zeit als du, Alter. Ich mache mich selbst. Piep! Mann, lass es! Immer weg mit deinen Stinkefüßen. Vom Wingen, ich werde sterben. Ich hätte gedacht, du schläfst. Ich brauche noch kein Kind. Ohne Hilfe geht gar nichts. Warum ist es denn so ungemütlich hier? Piep! Piep! Schau dir mal vor, jetzt nehmen wir ohne Ton auf. Aber ich glaube, das habe ich schon gemacht, oder? Mach bereit. Ich muss erst mal den Dacken ziehen. Es stinkt total in der Wohnung. Ich brauche den Sanitäter. Weil ich schlicht zu sterben werde. Mein Kumpel riecht auf Schamse. Geh mal, eckert. Das hat mich jetzt versaut. Ja, das bin ich. Der spielt mein Freund alleine. Go. Ich verlose diesen Skin, wenn der mit mir zockt. Aber erst mal muss ich... Nee, ich gebe dir nicht. Aber du bist recht zu mir. Wie viele Dreifach-Kills hast du? Dreifach. Schnell oder so. Na, guck mal, wie schnell ich bin. Ich habe Dreifach-Kills. Guck mal, wie schnell ich bin. Hm, mal schnell, oder? La, 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 la. Ja, schau auf die Scheiße. Macht mich als Freund. Bam. Piep. Guck mal, ich heiße Emox Hashtag 2312 Ja? Gخ... Genau. Oh, das ist der. Ist der. Auch das ist der. Kann ich heißen. Nee, ist Sie. Nee, das ist der. Das ist gut, oder? Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ne, da bist du nicht. Jenskin, das wären ungefähr... Ne, Euro ist so 200 Euro. Piep, piep! Ich weiß ja nicht, wie das geht. Verdammte Kacke, jetzt steig mir in die Kombi. Klar. Oder ich weiß gar nicht, ich hab... Ich mach doch mal bereit. Das geht's. Was kann? Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt... Internet! 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 Juhu! Amarsch der Welt! Ich muss jetzt alleine spielen! Vielleicht! Okay, das war's jetzt mit dem Video! Hau drin und tschüss! Nein, Spaß! Diese Runde schließt! Ich stelle dir jetzt mal vor, jetzt so epischen! Solle gegen Duo episch, ne? Es ist schon... Nein, es ist da nicht! Piep, piep, piep! Als ob der eine goldene Scar hat! Ach, das war's mal wieder komplett! Ach, schuldigung! Ach, schuldigung! Patellens! Patellens! Das ist mit Patellens?! Jetzt, ich warte, jetzt wieder! Warte, ich nenne noch richtig, ja! Ja, das hab ich so! Nee, ich will mit dem Bruder zocken! Ich schock da gerade, also... Ja, bitte! Ich will mit dem Bruder zocken! Ich habe noch nicht mit dem Bruder zocken! Nein! Nein! Untertitelung des ZDF, 2020 Du hörst sie doch nie. Muss ich dich mal wieder retten? Nee, dich halte ich nicht. Verschwende keine Patronen. Nein. Der denkt so, scheiße Ausgabiner, ich verpilsle mich gar. Ich hab ein Hedgefaktor, also mit dir. Hedgefaktor. Degang, liegen da für dich schon ließ. Wenn du so eine machen, ist egal, ob es eine Waffe. Ich hab kaum Patronen, Mann. Ich hab eine Patrone, ich kann dir selbst nicht helfen. Da musst du ja deinen Bruder eingespeichert haben, irgendwie. Da hat er dich irgendwie so gehört, oder so. On-Highpack. Hacker. Okay, das war's mit dem Video und habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Tschüss.